yo meine freunde willkommen auf einem neuen video auf dem pascalation kanal ihr wisst bescheid und zwar reagieren wir auf cas und haftbefehl block heißt das ding produziert von airsonic jeder weiß ich bin riesen cas fan und einer der unterschätztes nur aber ihr habt es schon zehntausend mal gehört von mir ich denke mal dass die erste single von season 2 wird die erste ep damals hat mir sehr 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 gut gefallen und ich würde sagen wir gehen einfach mal rein und dann einfach noch haftbefehl mit am start digga kann nur nice werden und rein da der beginnt schon mal digga so vom beat und vom sound so wie das direkt die ohren weg klatscht ist schon nice ich hier props an airsonic direkt kaufen sich chains ich guck mir den blog 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 ja popstar in dein club digga wie krass ist diese zeile bitte die hook zu sein gefällt mir sehr sehr gut sehr rapplastig geht gut nach vorne street digga du weißt du weißt nicht was für ein sound du kriegst das ist halt auch immer das geile blog legend sie sagt mir das schläft der cousin von totes deshalb liege ich hier nachts wach als wäre ich ständig auf koks bitt digger sorry wir machen wir geben jetzt nochmal den einstieg sorry dass ich euch so nerven aber ihr merkt schon ich bin riesen cast fan und deswegen bleibe ich wach als wäre ich auf koks also so ungefähr natürlich nicht jetzt ganz genau so performt wie er aber ich kenne ihn jetzt noch nicht auswendig ich höre es das erste mal also kritisiert nicht zu stark wir geben uns das doch mal damit wir uns das zusammen geben können deshalb liege ich hier nachts wach als wäre ich ständig auf koks sag mir nicht dass du wüsstest wie es sich anfühlt wenn meine note hier musst du gesetze brechen damit du abends dein brot bricht hier musst du das gesetz brechen damit du dein brot bricht so erzähl mir nichts von deinem problem so als wüsstest du es wie es ist in meine haut zu stecken du weißt den scheiß ja ist nice street credibility ist hier auf jeden fall im start wie es sich anfühlt wenn meine note hier musst du gesetze brechen damit du abends dein brot bricht rapper sagen sie sind nie mehr broke während sie noch zur miete wohnen nie wieder ein kilo holen sondern ballen als wäre ich tete bohlen sterne auf boah wieder sau nice zeile geben wir uns nochmal absolut nice alter caspart ist abriss bis hierhin feier ich ich sag euch ganz ehrlich haftbefehl auf diesen beat auf diesen sound digga digga alles andere als ein weiterer abriss würde mich jetzt hier auf dem song wirklich 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 sehr sehr überraschend ja digga hook ist nice hook finde ich noch eine spur krasser auch als sein part ja hook ist ein monster gefällt mir wirklich sehr gut auch wie diese spannung auf den haftbefehl part jetzt aufgebaut wird nice alter sie bauen die spannung richtig rein und ich halt tue euch noch weiter auf die spannung halten einfach so ja ist nice diesen dreckigen rap einfach so drauf digga kann man gehen wir zu meinem einstieg soll die will digga ich sag euch so wie es ist alter haftbefehl hat dieses game komplett auf den kopf gestellt klar dass der haftbefehl auf diesen track so kurz kommt was auch geil gewesen wäre wenn die sich so abwechselnd so mit der hook gemacht hätten es wäre auch nice gekommen glaube ich also diese hook dann wiederholen ein teil macht es wäre auch über nice gekommen finde ich ein bisschen äh ja ist jetzt nur mein empfinden so aber haftbefehl kommt mir auf den track einfach zu kurz einfach weil der song vielleicht auch ein bisschen kurz ist aber das halt heute so ähm ja aber naja ja nice eher sonic nochmal so gedroppt mäßig ja was soll ich euch sagen ich habe alles zu dem song gedacht was ich sagen wollte schreibt mir natürlich auch gerne in die kommentare wenn du rap so liebt wie ich alter lasst ein abo da ich bin raus meine freunde das hier so 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 Vielen Dank.